Ich habe eine Variante gefunden, die man mit gutem Gewissen vorschlagen kann, Springer F3, also wir spielen fast immer mit Springer C3, Springer F3, und jetzt H3. H3 könnte auf ersten Blick als Mehrkodiker erscheinen, weil Weiß gibt seine Mehrtempo praktisch ab mit einem Zug wie A3 oder H3. Hier hat H3 aber eine klare Idee, Weiß bereitet Läufer E3 vor, er will sein Zentrum unterstützen, und nach Läufer E3 ist es ärgerlich, dass Schwarz immer Möglichkeiten mit Springer F6, G4 Läufer anzugreifen. Deswegen glaube ich, dass H3 nicht nur Springer G4 ausschließt, aber auch eine von großen Varianten Läufer C8, G4, wenn Schwarz indirekt, also mit der Fesselung von Springer F3, Druck auf Zentrum übt. Schwarz hat jetzt mehrere Möglichkeiten. Springer BD7 ist ein standarder Zug, Läufer E3, E5, und jetzt kann Weiß Zentrum schließen. Nach A5 kommt Springer D2, Springer C5 und Läufer E2, und nach Springer H5, das ist eigentlich entweder Baueropfer oder ein interessanter Zug, Weiß will das nicht nehmen, weil wenn er das zweimal tauscht und da mal H5 spielt, muss er immer mit Ideen wie Springer D3, Springer B2 rechnen, und Schwarz hat vermutlich sofort F5. Wir können uns das auch anschauen, da mal H5, und jetzt F5, und eigentlich ist Schwarz, also besser vorbereitet für die taktischen Verwicklungen. Deswegen G3, und jetzt zurückspringer F6, da mal C2, und lange Rokade. Nach Läufer D7 hat Weiß die Sache ziemlich schnell verdorben und hat eine taktische Kombination mit Springer E4 übersehen, aber hier, nach F4, wurde Schwarz unter Druck gesetzt, und das ist sicher eine sehr angenehme Stellung. Wenn man sieht, die weißen Figuren sind optimal koordiniert, also jede Figur hat einen guten Platz auf dem Brett gefunden, und die wirken also sehr effektiv zusammen. Deswegen, nach H3 kann Schwarz auch anders vorgehen. Er muss nicht unbedingt Springer B2, 7, 5 spielen. Es gibt auch eine Abwicklung mit C5. Weiß schließt Zentrum mit D4, D5, und nach E6, Läufer D3, hat er jetzt zwei Möglichkeiten. Nach ED kann Weiß mit C-Bauer zurücknehmen, und eine Stellung im Stile von Benoni zu spielen, oder er kann einfach mutig mit E-Bauer zurücknehmen. Und es ist wichtig zu merken, dass H3 schließt Läufer G4 aus, und nicht nur das, aber auch Läufer F5, Läufer Z8, F5, ein natürlicher Zug, ist praktisch erschwert.